Mein Name ist Jonas Mickenhauser. Ich bin der Inhaber vom Drammladen in St. Leon Roth. Ich bin selbstpassionierter Schlagzeuger. Ich habe das Trommel angefangen 1994 und seitdem bin ich Drummer. Wir haben heute ein Unboxing Video gemacht mit dem schönen Collector Set hier hinter mir. Das ist ein Maple Set in der Farbe Satin Walnut. Black Nickel Hardware, das ist das Besondere. Und die Bassdrum Spannreifen sind in Natural. Das ist das Schöne an einem Collector Set. Man kann sich im Prinzip alles raussuchen. Vom Kessel zur Farbe, Kessel Hardware und was es da sonst noch so alles gibt. Also schon die erste Berührung mit dem Set war recht positiv. Man tippte das Fell an und es klingt eigentlich sofort nach einem Dewey. Man erkennt das schon wieder. Wir haben das Set kurz durchgestimmt. Das ging wirklich sehr einfach. Wir waren da wirklich ein paar Umdrehungen und das Set hat gepasst. Und dann sei der natürlich herzlich eingeladen zu mir in den Laden zu kommen und dieses Set auch selbst Probe zu spielen. Und dann sagen wir auch bis dann mit dem Set. Und dann können wir bis zum Gather. Und dann haben wir uns noch zu sehen. Vielen Dank.